Ich bin Stefanie, bin 20 Jahre alt und bin seit 2017 im Jugendgemeinderat. Für mich ist der Jugendgemeinderat so besonders, weil man einfach neue Leute kennenlernen kann, sich gemeinsam an politischen Themen beteiligen kann und natürlich auch einen Einblick dafür bekommt und man natürlich auch Ansprechpartner und Referent für die Jugendlichen ist. Mein Name ist Philipp Kimmick, ich bin 20 Jahre alt und seit 2017 im Jugendgemeinderat. In den vergangenen Jahren konnten wir viel umsetzen, so war es zum Beispiel bei der Stadtgestaltung, wir konnten den Skaterplatz immer wieder erweitern, wir haben dafür gesorgt, dass der Platz der Jugend heute so dasteht, wie er dasteht und gerade vor Corona haben wir häufiger Konzerte oder Benefizveranstaltungen veranstalten können. Also bei uns kann man wirklich alle seine Ideen wirklich umsetzen. Ich bin Julius Renner, ich bin 17 Jahre alt und seit 2019 Mitglied im Jugendgemeinderat. Wenn du auch, wie ich, die Interessen von den Jugendlichen in Oberkirch vertreten möchtest, dann kannst du auch Mitglied des Jugendgemeinderats werden, indem du dich bei der kommenden Jugendgemeinderatswahl aufstellst. Wahlberechtigt sind alle Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die in Oberkirch oder alle in der Teilorte wohnen.